hallo leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge it takes two zusammen hier wieder mit zon goku stehen wir hier vorm wie heißt das ding hell tower genau und ja wir müssen oder anscheinend sollen wir hier hoch wie auch immer probieren was mal aus das problem ist ich war jetzt schon hier so relativ halber höhe also jetzt wo ich auch wieder bin und dann siehst du ja diese beiden flügeltüren hier die klappen so schnell das schaffst du doch niemals in der geschwindigkeit dann da hoch zu springen links rechts 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 und zwar muss ja nichts nein nein hey da bin ich wieder das war ja gar nicht so einfach überhaupt hochzukommen toll warum springt man hier hoch wo ich nichts sehen kann hier so einen kleinen trick anwenden drüben den haken benutzt den schwingen harten ja hier wo ich jetzt von hängen kann man sich direkt da oben hinschwingen auch da oben okay ja das muss so aus was ich trotz so warte mal der dreht sich jetzt verdammt wenn man da oben ist ich habe trotzdem das problem da nicht mehr weiterkommt wie kommst du zu diesen schwingen also so ja da ah okay Ist das irgendwie ein Pflichtprogramm, was wir hier absolvieren müssen, oder? Also, wie kommst du da hoch? Ah, warte mal. Also, ich wüsste nicht, wie ich da hochkommen soll, jetzt, ne? So. Wahrscheinlich schon. Ich weiß jetzt nicht, wie ich hier weiterkommen soll. Ah. Ich bin schon da unten. Tö. Ah, Mann! Ja, keine Ahnung, irgendwie ist das wahrscheinlich eine Neverending Story hier gerade. So ein Höhentower, Mann. Ja. Ich geh mal hier hin zu der Angel. Okay, hier kann ich nichts machen. Ah, hier. Okay, alles klar. Ich angel hier eine Runde, während du da rumkletterst. Oh, ich habe einen. Okay. Ich habe Schrott geangelt. Oh, big person, komm, komm, komm hier! Was haben wir hier? Ich kann da nicht links, rechts, links, rechts hochspringen. Ich brauche mindestens vier Sprünge. Und ich kriege gerade mal einen hin. Ja, wie gesagt, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir machen wir hier weiter. Ah, hier ist noch ein Spiel. Komm mal her, hier ist ein Spiel. Was war denn hier mit dem Angeln? Oh, das ist ein Strottangeln. Komm mal her. Warte, ich will auch mal kurz was sagen. Hey, don't chicken out. Oh, ist es Junk? Ein Fernglas hat er geangelt. So, jetzt kommen wir hier auf die Pferde. Oh, man kann ja nicht hier nur Junk angeln. Oh, ich habe auch gerade einen Fisch, den ich weiß auch. Oh, hier kommt ein bisschen. Well, at least something bit. Schon frei lassen, toll. Ja, komm mal hier auf die Pferde jetzt. Links. Okay, springen. Du können. Okay. Okay. Komm, wie... Ah, okay. Äh, was soll ducken? Ah, so ist ducken, okay, alles klar. Oh, nein. Alter, ich komm... Ah, ja gut, okay, nochmal, komm. Jetzt, äh, haben sie die Steuerung verstanden. Alles klar. Oh, auf geht's. Okay, die ersten Ehrenländische, komm. Oh, mach mal, buddy. Ey, warum mach das? Ach so. Oh, ach, so viel zum Thema, ich hab das schon verstanden. Verdammt, ey. Das lief mir mal wieder komplett gar nicht. Oh, Mann. Ich hab die ganze Zeit mit dem linken Stick nach vorne gedrückt und nicht nach unten. Egal. Willst du nochmal, willst du nochmal? Nein. Es gibt's auch. Ich bin zu schlecht für sowas. So, was ist hier? Oh. Ich hab das schon echt interessiert, was du auf dem Turm ist, ne? Aber ich hab keine Ahnung, wie du da hochkommen willst. Hier ist die Klappe. Ah, warte mal. Whee. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wo sind denn hier unsere Figürchen? Hier. Wahrscheinlich müssen wir die Figürchen hier, wo ich jetzt stehe, durch das Tor kriegen. Und die Uhr ist. Aber... Hier ist, hier ist eine Schranke, die wir auslösen müssen. Wollen wir das hier... Wollen wir das hier machen? Hier sind nur noch Knöpfe, oder? Ah, hier. Warte mal. Hier, komm mal hier hoch. Ja, genau da. Da, da und dann... Da oben auf dem Haus bin ich. Was brennt? Ja, eben. Deswegen, wir müssen es löschen. So, und jetzt tritt ich mal um. Guck mal auf die Wolke da hinter dir. Nein, links. Jetzt rechts. Da. Wie schon den Knopf da? So, warte. Du musst den Knopf mit tätigen. Also, leg gleich. Äh, ne, ich kann nur l drücken. Äh, l quasi. Ja, das meine ich. Das Ding, das Ding bewegen können. So, ja, dann lass mal regnen. So, jetzt. Musst du nicht mehr dran? Wo dran? Ja, so wie das jetzt ist. Ja, aber das passiert nix. Warte. Äh, wo muss ich jetzt hin? Du musst die Zeit zurückdrehen. Das ist auch das Symbol für die Zeit. Ah, jetzt. Okay, jetzt lass nochmal los. Ne, nochmal. Jetzt. Kannst du das irgendwie da halten? Hab ich. Was? Die Regentropfen. Siehst du das bei mir auf dem Bildschirm? Kannst du die da in der Höhe halten, wo das Feuer ist? Ah, ach so, das meinst du? Ja. Ah, ja, ja, okay. Ich verstanden. Da auch nochmal. Ah, alles klar. Ich wundere, wo sie gehen können. Ah, Mann. Ich bin ja voll krass. Ich bin ja voll krass. Fahr an die Meint herher. Uah! Wow. Hier, die Knöpfe links, rechts. Ah, nein. Ah, Mann. Hier ist wohl falsch hier ins Wasser, ey. Da, direkt vor dir. Was? Der Knopf. Der Knopf direkt vor dir. Ach, verdammt. Ach so. Ah, okay, weißt du? Warte. Wir müssen nur gleichzeitig, weißt du? Was? Hey, was machst du? Ich kann die Zeit zurückdrehen. Ah, okay. Und ich muss das hier wieder selber machen, ne? Okay. Ah, warte mal. Ne, ne. Ja, genau. Du musst die Zeit zurückdrehen, damit die dann... Aber erst, wenn die unten sind, damit sie einrasten quasi. Ja, ja, das ist klar. Ja. Jetzt, schnell. Warum macht der das denn nicht? Das Problem ist... Ey, warte, warte, warte. Wo will ich da hin? Oh, Mann. Warum? Wo will er hin? In den Tod. Warte mal. Ich geh mal hier rüber. Ach so, du bist nicht nah genug dran, oder? Ja, ne, wenn ich dingens... Jetzt noch ein Stück weiter. Jetzt kannst du's machen. Okay, okay. Nein! Oh! Hoffentlich werden die jetzt runter. Ja, ja. Die Pippchen fahren schon. Okay, alles klar. Wo sie sehen. Hier, du musst wahrscheinlich hier wieder drücken... Oder müssen wir weiter drücken? Wir müssen die Uhr zurückstellen, schauen wir. Lass uns die Uhr mal auf das stellen, wo oben der Glockenturm auch drauf ist. Was ist das? Es ist kurz nach halb sieben. Warte mal. Welcher bin ich? Das ist der kleine Zeiger. Wo ist das eigentlich? Alles klar. Das war ja Evie. Okay. Äh. Da kommen wir nicht lang. Na, schauen wir mal, wie ist hier. Wo sind wir hier überhaupt? Wüstenmäßig irgendwie was, ne? Ja, ne? Nachzug. Na, hopp. Yeah! Du mit den Armen, ich mit dem Bein. Okay, wir müssen hier. Okay, wir müssen hier. Okay, wir müssen hier. Is that where we're going? Huh? Oh, genau. But to get inside, you need to unravel the secrets of the smaller tower. Uno. You see? Here's a thought. Why don't you just let us in the tall clock tower straight away. Yeah, we need to get back to our real bodies as soon as possible. Don't stress me. Time is an illusion. There's only now. Yeah. Can't you feel it? There's nothing else than now. Everything happened now, now, now. Now, 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 now. Can you feel it? Oh, yeah. I can't believe you were very annoying. Right now. Nah. Hey, Buck. What's that strange fear over there? Yeah. My friends, you have to figure out yourself. Woo! We are not his friends. Hey, Cody. I've got an idea. Maybe we can use those birds. Okay. All right. We're going to organize the birds. Like an art. Yeah. So, fly. 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 Yeah, I don't know. Fly. 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 All right. We have to go neighbor. We have also seen again. We are going to go down, come over. für echt die nacht hier mal eben kriegen kreis gesteckt haben das steckt doch noch ab wie berat und runter geht ok schauen wir mal wo wir jetzt hin kommen was passiert wenn er grün ist konnte ganz kurz drauf laufen aber ok alles klar durch die uhr ok schon drüben alles klar sehr schön hier kann ich die zeit zurückdrehen nochmal dann kommt hier bestimmt die brücke ja ist ja grün muss ja grün rot zu grün ändern grün zu blau ändern warte warte grün rot blau ist die reihenfolge dann musst du da quasi grün hin und dann muss ich gleich auf den anderen knopf rot also blau zuerst jetzt erstmal musst du darüber kommen ich muss doch hier ja du gehst jetzt wie das erste mal gehst du ja ne ich bleib jetzt hier auf dem knopf stehen bis du auf rot bist scheiße zu früh ok nochmal mal 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 drücken ah ok kann ich mehr darüber achso dann kannst du ach dann musst du das gleiche auch nochmal machen ja aber ich hab ja dann hier zwei mal rot achso es steht jetzt bleibt auf blau stehen warte 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 ah du kannst du zurückdrehen ok warte dann musst du jetzt gleich auf rot 1 2 3 ok bleib auf rot bleib auf rot ok ok und jetzt auf grünen 1 2 3 sehr schön jawohl nice ja das ist echt easy gelöst die Nummer alles klar und wieder aufwärts dann tun wir was boah ja die bischen blüche die helicopter ja 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 ich mag die blöden blöden sie sind gefährlich ja genau ich denke wir können sie 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 klar gut wahrscheinlich müssen wir unseren Vogel benutzten richtig hmh denke ich ja aber wohin ja zu diesen bömbchen dann die werden dann schon eingeblendet geblendet wo sind die drei kannst du sie greifen alles klar aber scheinlich gestaltet ist wahrscheinlich kraftfeld 1 ausgestaltet jetzt müssen wahrscheinlich zu den anderen tun erst mal öffnen ich bin reingeflogen als er Das ist ja recht easy. Die landen aber auch wie Argis, ne? Schau mal, was uns hier erwartet. Ein weiteres Zeitspiel wahrscheinlich nicht. Ach, guck mal, hier hängen die Dinger überall. Wo? An der Decke, diese Gelben. Ach so, die Bömmchen, ja. Da haben sie Symbole gesucht. Machen wir mal beide auf einem? Ja, probieren wir mal. 3, 2, was? Ach so, beide auf einem, ach so. Ja. 3, 2, 1, jump. Nein. Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, wir brauchen hier irgendwas für die Mitte. Hund, Katze, Sonne, Mond, ach so, das sind Gegenteile, glaube ich, ne? Mach mal Hund, Katze. Wir müssen hundertprozentig, weil hier ist ja, ich muss hier die Zeit zurückdrehen. Ja, aber gut. Da ist nämlich das. Ich glaube. Ich muss ja auch den Code erst finden. Ja, eben. Darum glaube ich nicht eher. Ja! Ein Geist! Nein! Es ist nur eine Skulptur! Creepy als hell! Okay, lass mal die Zeit los. Hm. Ich dachte, das Gesicht geht dann wieder runter. Warte mal. Muss ich jetzt hier vielleicht irgendwas drücken? Na ja, wahrscheinlich nicht, okay. Ähm. Und wenn du die Zeit jetzt hier nochmal drehst, dann kommt man die Brücke wieder, ne? Soll ich jetzt fast bauen, ja. Oh. Hm. Hm. Kannst du drüber laufen? Kannst du nicht drüber, ne? Ja. Das wird nicht reichen. Hm. Oh, kein Hinweis. Hast du alle schon gedrückt? Irgendwas fühle ich doch hier was passiert. Ja, ich höre auch irgendwas, aber ich weiß nicht wo. Warum hast du denn jetzt nicht mal alle gedrückt? Habe ich doch. Alle? Ich bin einmal rund, ja. Ich bin hier hoch. Lass mich mal zurückkommen. Ich bin hier so nutzlos. Töööö. Ja, jetzt geht's wieder auf. Ah, du musst einen Klon da schon da lassen. Ja, dann muss ich meinen Klon da lassen. Achso, das geht zu, weil jemand in der Nähe ist. Ja, okay. Alles klar. Und jetzt musst du mir von da aus wahrscheinlich aufmachen. Ne. Siehst du es nicht auf meinem Bildschirm? Die Spinne? Eine Biene, Alter. Eine Biene? Eine Spinne. Also, die Spinne... Ach, die Biene hat... 1 Uhr. Äh, der Vogel hat 2 Uhr. Ähm... Ah, das geht aber nicht in der Reihenfolge. Genau, die Katze hat 4 Uhr. Der Hund hat 7 Uhr. Der Mond hat 5 Uhr. Und die Sonne hat 9 Uhr. So. Wonach sollen wir jetzt gehen? 1, 2, 4... 1, 2, 4, 7, 5, 9. Ja, dann hätte ich wahrscheinlich... Äh, warte mal, nochmal neu. Also, die Biene auf 1. Dann den Vogel. Dann die Katze. Dann der Mond. Dann der Hund. Und dann die Sonne. Ja. Alles klar. Da haben wir doch schon unseren Weg. Hey, komm! Es ist drin wie ein Wolf. Und da kommen die nächsten Böhmchen geflogen. Ja, ist ja recht... Äh, einfach die Dinger da kaputt machen, ne? Ja, war mir schon. Die halten ja nicht viel aus, so wie es aussieht. Und rauf auf mein Agentar. Habt ihr eigentlich einen Schwierigkeitsgrad? Äh, ne, ich guck nicht. So, warte mal. Wo sind die Böhmchen? Nein, ich bin auch grad grad ein bisschen verflogen. So, und... Feierfrei! Jawoll! Äh, ich seh nix. Und ab dafür, jawoll! Jawoll! Und... Feuerfrei! Bamf! Jawoll! Wir haben's geschafft! Okay, warte mal... Ah, da fahren unsere Puppen. So, wo sind sie? Die stehen hier unten. Ah, okay, wir müssen das Ding anheben. Ah, okay, wir müssen das Ding anheben. Okay, wie? Ah, warte mal. Hier? Ja. Dann ist die Zeit. Dann fahren sie weiter. Da geht die Türchen auf. Wieso kann ich meine... Ah, jetzt. Was? Hast du was gemacht? Ich hab mal nen Klon da hingesetzt. Wo bist du? Hier rechts ist... Ach so, ne, da muss man wahrscheinlich hoch springen, ne? Äh. Was fährt? Ähm. Eine unendliche Treppe. Ah, warte mal. Wahrscheinlich muss ich das auf der anderen Seite auch machen. Hier so auch schon ein Ding. Ach so, ja, da in dem Monat. In der Mitte gehen dann die Gänge hoch. Ja. Alles klar. Jawoll. Tch. Oh. Oh. Tschüss. Hehehe. Ja. Sehr schön. Ich bin ja gespannt, was jetzt kommt. Na, irgendein entgeht noch wahrscheinlich nicht, oder? Den machen wir dann aber erst in der nächsten Folge, oder? Ja. RUN! Es ist keiner, wo ich komme. Hehehe. Was muss ich denn überleben? Wir müssen doch erstmal überleben. Was? Ich? Ähm, ähm... Kannst du die... Dreh mal die Zeit zurück Aber wo? Hier ist nichts Kann man die Dinger hier irgendwie rausziehen? Ich hatte nirgendwo einen Punkt, wo ich irgendwas nutzen konnte Ich sehe aber auch nichts Ja, ich kann einen Klon zurücklassen, schön Achso, dann komme ich auf die andere Seite, ja, alles klar Warte, 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 jetzt Zack, jetzt bin ich auf der anderen Seite und Ah, okay Und dich retten Ah Alles klar Ja, dann würde ich sagen, machen wir aber jetzt hier erstmal Machen wir hier erstmal ein Folgenende, oder? Oder willst du hier noch reinrennen? Und die Zeit schon wieder rum ist Und die Zeit schon wieder rum, ja Ja, dann würde ich sagen, jetzt hast du die Finger drauf Drehen wir den Schlüssel, muss man nicht Genau, den drehen wir in der nächsten Folge Vielen Dank fürs Zusehen Wir hoffen, euch hat das Ganze gefallen Gerne bewerten, kommentieren Und natürlich auch gerne kostenlos abonnieren Vielen Dank dafür Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Bis dahin und Ciao, ciao Tschüss 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 Vielen Dank.